So, liebe Freunde, da bin ich wieder und herzlich willkommen in diesem Video, schön, dass ihr da seid am 10.04.2023 und ich würde sagen, wir steigen gediegen einmal mehr ein in die Welt der Finanzen. Ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich habe jetzt länger kein Video gedreht, weil ich werde einfach nicht fit, ich weiß nicht warum, aber vielleicht hätte das, wenn man so einen Husten hat und so einen Schnupfen und man zieht das so eine Ewigkeitsgeschichte, man zieht das dann ewig so vor sich hin und ja, ich weiß nicht, ich habe mir dann halt so gedacht, es bringt ja auch nicht wirklich was, dann mit so einer verkratzten Stimme andauernd so in die Kamera zu quatschen, so wenn habe ich es dann bleiben gelassen, aber ich merke schon die ganze Zeit, wie mir das halt so unglaublich abgeht, gerade in der jetzigen Zeit, wo der Goldpreis ja anscheinend über 2000 US-Dollar bleiben könnte, Fragezeichen, darüber werden wir gleich sprechen und dann noch ein paar andere Feststellungen, weil wisst ihr, es ist immer wieder lustig, wie mir vorgeworfen wird, ich habe nichts, ich meine, ich habe nichts, wusstest du? Das schon, ich bin ein habe nichts, holler die Waldfee, ja, na gut, lass mir dieses Thema, ich will mich gar nicht zum Anfang dieses Videos schon wieder darüber aufregen müssen, wer wann, wie wo was gesagt hat, ich meine, letzten Endes wird es immer Menschen geben, denen ich nicht gefalle, denen ich nicht passe, denen meine Aussagen vielleicht nicht gefallen, ja, denen meine Wahrheiten nicht gefallen, ja, weil letzten Endes ist ja meine Wahrheit oder meine Wahrnehmung nicht immer die Wahrnehmung eines anderen oder aber auch, ne, verständlich rübergebracht, insofern muss auch jeder so ein bisschen für sich selbst entscheiden, sind diese Thesen, ich nenne es mal vielleicht so rum, ja, denn günstig für mich kann ich mich damit identifizieren oder halt auch nicht, pass auf 2001 Euro, nee, pardon, US-Dollar, also 2001,91 US-Dollar pro Feinung zu Gold und da sind wir im Moment, also jetzt für diesen Montag, sogar schon in der Erholungsphase, ja, das müssen wir mal so festhalten, dass wir jetzt in einem längeren Zeitraum über 2000 US-Dollar geblieben sind und zwar seit dem 4. April. Das lässt ja hoffen, dass das Ganze in eine zweite Runde geht, ja, dass sich der Goldpreis, ja, sagen wir mal vorsichtshalber, ja, dass der Goldpreis sich bei 2000 US-Dollar stabilisieren könnte, ja, ich will jetzt mal so ein bisschen diese Widerstandsarten, ja, euch mal verklickern, die, wo ich so sehe, ja, also jetzt gerade, was die ganze Goldpreis-Geschichte bestrifft, ist der nächste Widerstand so circa bei 2012 US-Dollar, ja, das geht dann immer so gestapelt weiter, 2012, 2018, 2042 und dann schlussendlich etwas über 2060 US-Dollar, andersrum haben wir jetzt dann eine Unterstützung bei 2006 und dann 1983, 1982 und dann die letzte Unterstützung bei ca. 1960, 1950 und die allerletzte würde ich dann so bei 18, 1890 sehen, ja, also das ist jetzt das erste Mal, was ich so als Szenario im Kopf habe, ja, es scheint auch so zu sein, weil die letzte Abwärtsphase oder Korrekturversuchphase am 10. April war, ja, ist, ja, zum Stehen gekommen bei 1991 US-Dollar pro Fahne zu Gold, ja, also muss man sich da nicht gar nicht so, also jetzt, wie soll ich sagen, jetzt muss man sich da gar nicht so nass machen, weil es sind dann in Euro 18,35, also sprich 1.835 Euro pro Fahne zu Gold und da muss man halt einfach gucken, ob man da, wie soll ich sagen, ähm, vernünftige Abwärtskorrekturen findet, ja, wisst ihr noch, ich meine, es gibt ja ein paar Leute, die meinen Kanal schon länger verfolgen, würde ich mal so formulieren, wisst ihr noch, ähm, ich habe ja immer mal wieder so Videos gebracht, ja, Goldpreis über 1800 US-Dollar, Goldpreis über 1700 US-Dollar und so weiter, ja, und damals hat man schon gesagt, das wird nichts, das wird nie was, der Goldpreis wird nie über 2000 US-Dollar pro Fahne zu Gold steigen und was auch ein sehr oft genutztes Totschlag-Argument gewesen ist und es auch heute noch ist, ist das Argument, ja, vergleich doch das mal mit anderen Asset-Klassen, ja, das ist ja keine Performance, nicht, ja, also was willst du denn mit dieser Gold-Performance, ich meine, diese paar hundert US-Dollar da am Markt, die kann ich ja mit anderen Asset-Klassen schneller und vernünftiger erreichen, ja, ja, sicher ist das so, aber man muss halt auch hier festhalten, andere Asset-Klassen bieten halt vergleichsweise nicht diese, ähm, Schutzfunktion, wie es halt eben Gold tut, ja, das ist halt genau das, man kann halt am Aktienmarkt damit auch diversifizieren, jetzt rein nicht nur in einer physischen Ware, sondern auch in Papierform, ja, und wenn eben zum Beispiel Aktienmärkte dann down gehen, geht halt Gold eben nach oben oder wie im aktuellen Fall, ja, wenn Banken wieder meinen, sie müssen ihre, ihre eigenen Suppen kochen gewissermaßen und alle anderen außen vor lassen, weil sie haben ja Sonderrechte und Sonderstatus, ähm, dann kommt halt eben sowas zustande, ja, dass Menschen sehr schnell, ähm, sehr schnell das Vertrauen in, generell in dieses Fiat-Money-System verlieren und ich bin der Meinung, wir sind zu langsam, aber sicher in einer Gezeitenwende, ja, oder, ähm, wir sind gerade dabei, ich formuliere es mal vorsichtig, ja, weil es trifft ja nicht auf jeden zu, aber ich denke, wir sind mal so langsam dabei, gewisse, äh, Dokument aufzubrechen und eins davon ist sicherlich, das Fiat-Money ist unantastbar, der Glaube an Fiat-Money ist ungebrochen, ja, und das ist halt nicht so, ich meine, wir wissen, dass wir, ähm, in Deutschland, also, oder anders formuliert, dass die Menschen in Deutschland sich schwer tun, aus ihren Gewohnheiten auszubrechen, ja, sag mal, formulieren wir es vielleicht mal so, ja, das ist vielleicht der günstigste, die günstigste These, sag ich mal so, aber wenn die Menschen in Deutschland mal aus ihrer Bequemlichkeit herauskommen oder anders formuliert, ähm, ja, dass sie ihre Gewohnheit durchbrechen müssen, ja, dann werden sie sehr schnell flexibel und ich bin der Meinung, wir sind so langsam aber sicher an dieser Zeitenwende angelangt, wo Menschen in Deutschland das klar wird, ja, eben durch diese Ereignisse, die jetzt passiert sind mit der, ähm, ja, ihr wisst es ja mit den ganzen Banken, mit der Credit Suisse, mit der UBS Bank, in Amerika wiederum, na, mit der Signature Bank etc. und so weiter und aber auch mit der Silicon Valley Bank und so weiter. Also das sind ja alles so Ereignisse, die einen Startschuss bilden von dem, was noch kommen könnte. Das heißt nicht, dass es kommen muss, das heißt nicht, dass jetzt theoretischerweise morgen noch mehr Banken kippen, ja, müssen oder dass das System gleich so dermaßen am schwanken ist, dass man sofort sein ganzes Habengut am besten gestern in Gold steckt, ja, aber es markiert eine Gezeitenwende, die aufzeigt, was möglich ist in sehr kurzer Zeit und, ähm, wie schnell Geld dann dadurch eben sinnlos verbrannt wird, ja, und natürlich auch von Privatinvestoren und natürlich auch von Leuten, die, ähm, ihr Geld auf Tagesgeldkonten, Gero-Konten, wo auch immer geparkt haben, ja, und natürlich auch in Deutschland, ja, weil ich meine, es ist schon sehr faszinierend und sehr markierend, sag ich mal so, dass zu so einer Zeit ein Christian Lindner, ein Finanzminister Christian Lindner von der FDP, ähm, mehrmals in den Medien betonen muss, ähm, das deutsche Bankensystem ist sicher, ja, warum macht er denn das? Er macht doch das nicht aus der Idee heraus, ähm, weil er sich sicher ist, dass alle Menschen in Deutschland sich, ähm, wie soll ich sagen, in, in, in ein Schlaraffenland fühlen, so mit dem Gedankengang, ja, mir kann schon nichts passieren, ja, dann würde er das nicht machen, ich meine, der bezieht sich ja auf seine, auf seine Agenten, sag ich mal so, die er Tag für Tag so abarbeitet, ja, auch auf, ähm, Analysewerte, ja, und die sagen eben klipp und klar, dass wir in so einem Kipppunkt sind, und das hat eh meiner Meinung nach sehr lange gedauert, bis die Menschen in Deutschland überhaupt auch mal auf die Idee gekommen sind, ja, so weit zu kommen, aber wir sind so eine langsam aber sicher an so einen Kipppunkt angelangt, wo, ähm, der, die Zufriedenheit, ja, des Menschen in Deutschland, hauptsächlich auch in Deutschland, ja, weil in Frankreich gehen die Menschen zum Beispiel viel eher auf die Straße, wegen viel mehr Kleinigkeiten, ja, in Deutschland ist das ja, ne, aber gut, ich will gar nicht zu negativ klingen, aber wir sind so langsam an einem Kipppunkt, wo den Menschen in Deutschland auch klar wird, ähm, nee, ich fühle mich nicht mehr zufrieden, ja, da haben wir Lastenausgleich, da haben wir Grundsteuerreform, da haben wir dieses Heizungsthema, was ja dem Häuslebau und natürlich letzten Endes auch die Mieter, ja, so reingedrückt wird, wir haben generell eine hohe Steuerlast, wir haben Umverteilungsprobleme, ja, also in Anführungsstrichen Probleme, ich meine, meiner Meinung nach sind die ja sowieso hausgemacht, aber trotzdem, ja, also, und das ist so, die Menschen tun sich schwer zum Investieren, weil, ne, ihnen wird immer mehr Kohle und Kohle weggenommen im Alltag, und die Menschen spüren das, wenn sie so einkaufen gehen, wenn sie so, wie soll ich sagen, so Dinge des alltäglichen, alltäglichen Bedarfs kaufen, wenn du an der Tankstelle stehst, wenn du Essen einkaufst, Trinken, die organisieren willst, etc., und so weiter, die Menschen merken das, ja, und das führt zu Unzufriedenheit, und diese Unzufriedenheit nimmt halt immer weiter und weiter zu, und deshalb stellt sich ein Christian Lindner von der FDP und natürlich nicht nur er, sondern auch verschiedene andere, ja, ich meine zum Beispiel Robert Habeck von den Grünen, ähm, vor die Kammer und sagt, unser Finanzsystem ist sicher, speziell Deutschland, ne, unsere Genossenschaftsbanken, unsere Reifeisenbanken, unsere Sparkassenbanken sind sicher, ja, immer mit Betonung, sie sind sicher, und man muss sich halt immer fragen, ähm, aus welcher Intention heraus machen solche Politiker das, ja, mit Sicherheit nicht, weil sie, ne, stolz drauf sind, dass die Deutschen mit allem so zufrieden sind, also insofern ist das für mich eine Gezeitenwende, und der Goldpreis ist halt auch nur ein Puzzle- oder ein Puzzleteil, was das halt bestätigt, ja, dass wir so langsam in ein, in ein, in ein Szenario reinkommen, mal so als Beispielsthese, wenn der Goldpreis weiter Fahrt aufnimmt, so Richtung 2,5, ja, was ich für den jetzigen Zeitpunkt tatsächlicherweise unrealistisch halte, aber meine Güte, möglich ist alles, ja, ähm, dann würde das noch mehr zu Misstrauensvotum gegenüber den Fiat Money, speziell gegenüber den Euro, ja, bilden, und ich bin der Meinung, dass wenn wir die 2000 Euro pro Freien und Zirk Gold nachhaltig knacken, dass es dann auch bei sehr vielen Menschen im Kopf Klick macht, ja, ich meine, jetzt ist es noch so, äh, US-Dollar, man sagt sich, ja, okay, US-Dollar, hm, ja, ich kaufe ja nicht in US-Dollar ein, ja, also das ist auch wieder so ein psychologisches Hin und Her und Falsche stehen, weil, ne, Gold wird ja trotzdem in US-Dollar gehandelt, auch wenn ich es in Euro einkaufe, also, es ist miteinander verbunden, US-Dollar und Gold, so, ob ich das jetzt will oder nicht, ob ich das toll finde oder nicht, ist es halt so, ja, insofern hat es immer gewissermaßen auch einen Einfluss auf den Euro-Preis, aber wenn jetzt das Ganze auch in Euro passiert, so nachhaltig, erstmal so die 1900 und dann die 2000, ja, dann wirst du mal sehen, wie die Menschen ganz schnell wieder anfangen werden, sämtliche Edelmetallhändler abzukrasen und dann wird man auch die Wege nach Österreich finden, weil da einfach die Freimengen, was physische Ware betrifft, immer noch höher gelagert ist wie in Deutschland. Ähm, ich will gar nicht der Regierung Bosheit unterstellen und sagen, ja, deswegen hat man als, ne, mit vorgeschobenen Grund des Terrorismus, der Terrorismusfinanzierung und der, ne, die, die anonyme Tafelgrenze sozusagen auf 1.999 Euro pro Mann und Nase, ja, oder pro Frau und Nase gesetzt, weil man schon gewusst hat, dass man so in Situationen reinläuft, ja, also ich will gar nicht so weit spekulieren, aber, ne, wenn man sich mal so diese, so die letzten paar Monate und Jahre Aktionen anschaut, dann ist, dann könnte man schon auf die Idee kommen und da sozusagen eine, eine gesamte Einheit oder, ne, so ein gesamtes Konzept an Puzzle betrachten oder sehen, ja, aber gut, das ist nur eine stille, heimliche Vermutung meinerseits, dass die Ereignisse da auch und vielleicht auch womöglich was zusammenhängen liegen, ja. Nichtsdestotrotz, jetzt pass auf, wir haben da ein Silber, 25,03 US-Dollar und auch das markiert im Moment zumindest eine Zeitenwende, ähm, weil wenn auch der Silberpreis über 25 US-Dollar pro Finanzsilber nachhaltig, ne, über die 25 drüber bleibt, dann ist auch da sozusagen der Weg offen für die 26, 27, 28 US-Dollar pro Finanzsilber, ja. Das muss man noch abwarten, ich weiß mittlerweile, und da könnte man auch wieder Bosheit, ne, der Regierung unterstellen, Differenzbesteuerung, etc. und so weiter, ihr wisst das, was ich, also ihr wisst, was ich meine, was wir da für Geschichten erlebt haben, ähm, dass die Menschen sozusagen mittlerweile ein zwiegespältenes Verhältnis zu Silber haben, eben gerade wegen diesen Aktionen, ja, aber wisst ihr, das kann ja auch wieder so eine, so eine Idee sein, Menschen eben genau davor abzuhalten, in solche ersten Klassen zu investieren. Und das sicherlich fängt man mit Silber an, weil man genau weiß, die Menschen haben zu so einer Zeit eben weniger zum Investieren in der Hand, ja, und sind nicht so in der Lage, sich mal eben eine Unze Gold für 2000 zu kaufen, sondern halt eher eine Silbermünze, ja, und dann besteuert man die halt, ne, sozusagen, wenn man genau weiß, dass viele dann halt solche Wege gehen werden. Man könnte den, ja, man könnte da fast schon Sauerei und, wie soll ich sagen, Plan unterstellen, aber wie gesagt, das sind alles jetzt nur so Ideen, das muss ja nicht so sein, ich meine, vielleicht sind das alles auch nur Zufälle, dass die Tafelgeschäfte verringert wurden, dass die Differenzbesteuerung weggefallen ist, etc. und so weiter, ich meine, kann ja auch sein, ja, aber okay, wir glauben mal an das Gute, ja, in die Menschheit, in die Menschheit und natürlich auch in die Regierung und gehen mal davon aus, dass sie nur unser Bestes will, ja, zumindest möchte ich das glauben und deswegen ist, ja, wie soll ich sagen, unser Bankensystem auch hundertprozentig sicher, ja, also ich hoffe, ihr versteht meinen Sarkasmus dahinter, ja, das erstmal zu diesem Thema, es bleibt wirklich spannend und vielleicht nochmal einen Satz zum Abschluss, ja, weil mir das auch mal ganz geil vorgeworfen wird, ja, ich spreche immer nur über Gold und Silber, ja, das ist tatsächlich die letzten drei Jahre, würde ich sagen, und natürlich davor auch schon sehr eklatant, ja, also was jetzt das Thema Gold und Silber betrifft, weil ich der Meinung bin, dass es absolut notwendig ist, ja, nicht weil ich damit spekulieren will, nicht weil ich der Meinung bin, ich kann mit Gold und Silber, was natürlich auch geht, die absolute Rendite rausholen, das mache ich mit anderen Ersterklassen, ja, ich meine, wenn du mal 1000 Mercedes Aktien hast, dann wirst du wissen, von was ich spreche, dann fängt sich das an, richtig zu lohnen, ja, trotz der 25%igen Abgeltungssteuer, ja, das man muss noch nebenbei, aber trotzdem, ja, also ich meine, der Punkt ist, man will ja das, was man sich erarbeitet hat, das, was man sich, was man geschaffen hat, was man sich ermöglicht hat, ja, über Jahre hinweg, das will man ja natürlich auch behalten, ja, und da spielt es keine Rolle, ob du 1000 Aktien hast oder vielleicht auch nur 100 Aktien, ich meine, auch 100 Aktien in verschiedenen Bereichen kann eine Dividende von 500, 600 Euro im Jahr ausmachen, zum Beispiel, ja, ganz leicht, und auch das ist ein schönes Zubrot für viele Menschen, ja, man muss ja nicht immer von so viel ausgehen, also, insofern, und das, ne, das will man sich ja auch behalten, also, das will man, man will ja auch was aufbauen für die Zukunft, und dann macht das doch Sinn, auch in Sachwerte zu gehen, ja, also, ich weiß nicht, warum sich das manchen Menschen so wirklich nicht erschließen will, ja, und das gilt für Bitcoin ja das Gleiche, ja, wenn ich jetzt eine gewisse Menge an Bitcoin drin habe, und wir haben ja gesehen, dass auch Bitcoin-Börsen kippen können, ganz schnell kippen können, ja, auch dieses Thema ist ja nicht so weit entfernt, ich meine, das haben wir ja vor kurzem gesehen, dann macht es doch auch da Sinn, sich eben zu diversifizieren mit Sachwerte, Gold und Silber, ja, aber okay, ich will gar nicht anfangen, schon wieder zu versuchen, die Leute zu bekehren, ja, letzten Endes muss das jeder für sich entscheiden, das ist halt so meine Strategie, meine Idee, eine Diversifizierung, ja, also mehrgleisig, doppelgleisig zu fahren, und ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung sprechen, und sagen, bisher hat sich das bei mir halt schon gelohnt, ja, aber gut, diskutiert darüber, ja, und schmeißt gerne Ideen und Thesen hin und her, bleibt das jetzt nachhaltig über 2000, bleibt das jetzt nachhaltig über 25, oder sehen wir da noch eine große Korrekturphase, was Chancen sind, ja, sich weiter zu diversifizieren, viele sehen das ja immer als was ganz Schreckliches, und weniger als Chance, ich sehe sowas als Chance, ja, bei den Goldpreisen und Silberpreisen zurückgekommen, weil man dann eben günstiger, meine Güte, dass ich das auch noch erklären muss, ja, aber dass man halt günstiger nachkaufen kann, und ja, aber okay, schreibt es unten rein, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, danke für eure Zeit, Kuss geht raus, viel Liebe, bleibt freundlich zueinander, Ciao mit Frau, euer Matze. Ciao mit Frau, ich hoffe, ich bereue, wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.